Und jetzt gibt es ein Stück, das den Namen dieses Schlosses trägt, oder der Ortschaft. Und es geht um einen Geist. Wie heißt der Geist? Der alte Glofsheim. Der alte Glofsheim. Und der ist einer, der ist recht unruhig. Der will schon ernst genommen werden, wenn er erstmal reinkommt. Das machen Pass 3 und 4 klar. Ja, dann surrt er so durch die ganzen Turbinen und Rohre da durch. Rasselt mit seinen Ketten und macht dann drüben erstmal die große, schwere Schlosstür auf. Und was man sich von seinem Geist auch immer denkt, er fängt da drüben an im Kaisersaal Walzer zu tanzen. Irgendwann wird ihm das aber zu eintönig. Und dann schießt er wieder rüber, rennt wieder durch die Turbinen, geht nochmal zum Walzer tanzen. um dann später die Türe des Schlosses wieder zu schließen und durch den Kamin abzuhalten. Also, der alte Glofsheim. Und dann schießt er wieder auf die Türe des Schlosses wieder zu schließen und durch die Türe des Schlosses wieder zu schließen. Und dann schießt er wieder auf die Türe des Schlosses wieder zu schließen und durch die Türe des Schlosses wieder zu schließen. Und dann schießt er wieder auf die Türe des Schlosses wieder zu schließen und durch die Türe des Schlosses wieder zu schließen. Und dann schießt er wieder auf die Türe des Schlosses wieder zu schließen und durch die Türe des Schlosses wieder zu schließen. Und dann schießt er wieder auf die Türe des Schlosses wieder zu schließen und durch die Türe des Schlosses wieder zu schließen. Und dann schießt er wieder auf die Türe des Schlosses wieder zu schließen. Und dann schießt er wieder auf die Türe des Schlosses wieder zu schließen. Und dann schießt er wieder auf die Türe des Schlosses wieder zu schließen. Applaus 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 Applaus